Die News melden sich am 1. Montag des neuen Jahres und haben diese Themen für euch parat. Und damit hallo und herzlich willkommen bei uns. Lange haben wir gedacht, der Winter kommt gar nicht erst in Fahrt. Doch was in den vergangenen 24 Stunden vor allem im Nordosten Deutschlands los war, ist richtig heftig. Die Polizei hat über 300 Unfälle auf den Straßen registriert. Und auch Bahnreisende hatten mit den eisigen Temperaturen zu kämpfen. Besonders hart traf es die Fahrgäste in einem IC von der Nordsee nach Köln. Jakob Haslik berichtet. Besonders hart treffen die eisigen Temperaturen natürlich auch die Flüchtlinge hier bei uns in Deutschland. Am Wochenende kamen wieder fast 6.000 über die Grenze. Teilweise mussten sie bei Minusgraden stundenlang auf ihre Registrierung warten. Und seit heute ist es noch schwerer für Flüchtlinge, weiter in den Norden zu reisen. Denn Dänemark hat jetzt an der Grenze zu Deutschland Passkontrollen eingeführt. Christoph Kuhn fasst die Lage für uns zusammen. Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran verschärft sich weiter. Im Abgasskandal hat die US-Regierung jetzt Klage gegen VW eingereicht. Dem Konzern werden der Einsatz von Betrugssoftware und Verstöße gegen das Klimaschutzgesetz vorgeworfen. Und weitere News hat jetzt Gesem Schumann. Nach dem tragischen Tod der 11-jährigen Janina im bayerischen Oberaurach spricht jetzt ihre Mutter über den schrecklichen Vorfall in der Silvesternacht. Die 11-Jährige wollte sich gerade mit Familie und Freunden das Feuerwerk anschauen, als sie plötzlich von einer Kugel am Kopf getroffen wird und wenig später stirbt. Jill Rosendahl berichtet. Die Zahlen, die die Polizei in Köln heute rausgegeben hat, sind wirklich erschreckend. Es soll eine Gruppe von 1000 Männern gewesen sein, von denen einige in der Silvesternacht Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sorgt direkt zu Jahresbeginn für großes Aufsehen. Er will sich nämlich eine computergesteuerte Haushaltshilfe anschaffen, ähnlich wie der Rechner aus Iron Man. Die künstliche Intelligenz soll dem Milliardär dann sogar helfen, seine Tochter zu betreuen. Was das auch mit eurem Alltag zu tun hat, weiß Philipp Skupin. Stimmt. Und Nina Medinger weiß jetzt, welche Promis heute für Schlagzeilen sorgten. Der neue Streifen Revenant könnte Leonardo DiCaprio endlich seinen langersehnten ersten Oscar einbringen. Fünfmal ging der 41-Jährige ja bereits leer aus. Und das, obwohl er zu den besten Schauspielern Hollywoods zählt. In dem Abenteuer-Drama spielt Leo einen Pelztierjäger, der in der Wildnis ums Überleben kämpft. Warum das Oscar-verdächtig ist, das weiß Nina Medinger. Und jetzt haben wir noch ein Schaf mit einem wirklich dicken Fell für euch. Ja, das Fell hätte ich gerne, um mich jetzt auf dem Heimweg vor der Kälte hier in Berlin zu schützen. Die Wetteraussichten haben wir jetzt noch für euch und danach geht's weiter mit den Geistens. Viel Spaß beim Zuschauen und bis morgen hoffentlich. Tschüss. 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 Tschüss.